Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Dishonored 2. Ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Was war das? Vielleicht oben rum? Eines sollten Sie noch wissen heute Abend. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Da komme ich auch nicht durch, alle Türen sind verschlossen. Hallo? Klar, Jungs? Ich will nichts tun. Oh. Ja, da komme ich nicht hin. Nicht ohne meine Kräfte. Bitte. Und was ist hier los? Oh. 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 Stilton ist da nicht hineingeboren worden. Angeblich war er Bergmann. Mein Gott, ich komme hier einfach nicht durch. Oh. Habe ich mich erschrocken. Frau macht das nicht, ey. Hauen Sie ab oder ich rufe Hilfe. Was wird mein Handeln heute Abend hier in der Gegenwart ändern? Was wird mein Handeln heute Abend hier in der Gegenwart ändern? Ich habe keine Ahnung. Megan sagt Stilton war ein guter Mann mit dem Herzog zerstritten. Oh. 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 Okay. So. Ich brauche entweder den Küchenschlüssel oder ich muss da unten irgendwo rein. Die Tür ist ja blockiert. Oh. 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 Er denn? Ich brauche einen Küchenschlüssel. Oder ich muss da hinten irgendwie durch. Dahinten war ja eigentlich schon richtig. So. Wie komme ich da nur hin? Ja. Gar nicht. Oh. Vielleicht jetzt? Jawoll. So, ich muss aufpassen, weil hier lief ja gerade jemand rum. Der mir persönlich jetzt nicht so gefiel. Okay, die Tür ist blockiert. Wo ist sie verdammt? Oh. So verschlossen. Hä? Hä? Was habe ich an diesem Abend in Dunwall getan? Oder was tue ich jetzt? Ähm. Ich weiß es nicht. Ich blick hier gerade selber nicht so richtig durch. Aber irgendwas ist hier verkehrt. Hm. Hm. Ein Buch. Ja. 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 Oh mein Gott, wohinst du hier? Ich weiß nicht, wie ich da.. Da komme ich nicht hin. ... War anscheinend falsch hier. Ich brauche doch wohl den.. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich den Schlüssel brauche. Den Küchenschlüssel. Das ist aber leider so. Ja, komm her. Los, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Komm schon! Worauf fassest du noch? Ihr macht die Tür nicht auf. Komm her und kämpfe, Feigling! Ihr macht die Tür nicht auf. Ach, das ist nicht richtig so. Dann bleibt mir ja nur noch wirklich durch die Küche. Bleibt mir nur noch durch die Küche zu gehen. Hast du den Küchenschlüssel, Mädel? Ja. Wow. Mann, ey. Das ist doch zum Verzweifeln. Das ist doch zum Verzweifeln. Was? Scheiße noch mal! Jetzt, dann bezahl die Gebühren. Fertig. Bring den. Ich weiß nicht, was mir schmerzt. Füße oder Nacken? Bring mich nach Frühzeit. Was? Mein Gott, der Typ haut nicht ab. Dann muss ich jetzt halt so suchen. Ich bin oben lang gegangen, ich bin unten lang gegangen. Wo muss ich noch lang? Wo muss ich noch lang? Was? Die hat den Schlüssel auf jeden Fall nicht. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Na. Da komme ich auch nicht durch. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich verstehe. Ich checke es nicht. Ich checke es wirklich nicht. Muss ich vielleicht nach draußen? Kann man mal einen Überblick verschaffen? Oh, Wachhunde. Ich bin da durchgegangen. Da gab es jetzt keine. Da konnte ich nicht durch. Dann bin ich da durch. Dann brauche ich den Küchenschlüssel für. Wenn ich da durchgehe, brauche ich den Generalschlüssel. Was? Halt! Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Guck nochmal in seinem Schlafzimmer. Ob ich irgendwas übersehen habe, das mir eventuell weiterhilft. Achso, Pistolenkugeln mal. Bis zum nächsten Mal. Hm. Wenn ich mal wenigstens etwas Gutes finden würde. Der Kamin war woanders. Ja Leute, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich sage tschüss bis zum nächsten Mal. Nee, Quatsch. Entschuldigt. Tut mir leid. Ich habe mich in der Zeit geirrt. Sorry, wir haben noch 15 Minuten. Peinlich. Verzeihung. Halt die Packung. Was wollen Sie? Gehen Sie weg! Hilfe! Du wieder! Lassen Sie mich! Und was ist hier los? Nein, die Puppen hier irgendwie was zu sagen. Oh nein. Dann einmal so durchsuchen. Und was ist hier los? Was ist denn jetzt los? Ja, das wird nicht gehen. Kann ich sowieso nicht. Ich kann ja auch, kann ja gar nicht hin und her zwitschen. Alle sind hier voll in Aufruhr, weil ich hier bin, ey. Ja. 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 Geh, ich habe mich hier um. Komm raus aus deinem Laufen. Das war doch nicht etwa. Boah, letzte Chance. Hier ist auch gar nichts drin. So, dann kann das ja eigentlich rein theoretisch nur noch da unten dieser Raum sein. Oh, dann halt das Sofa mal fest. Oh Gott, ich weiß was. Jawoll, ich hab's. Oh mein Gott. Der ist, hier liegt ein toter Hund. Kannst du dich um den toten Hund kümmern? Oh mein Gott. Wenn ich den in den Ofen schiebe, dann sind die Blutfliegen nicht da. Jawoll, da müssten die Blutfliegen nämlich jetzt nicht mehr da sein. Vielleicht ist es in der Gegenwart offen. Ja. Oh, da sind doch keine Blutfliegen mehr da. So, hier ist einer. Sitzt da ein Hund? Was ist jetzt Tatsache ein Hund? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja, der Hund oder? Wie ist denn? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Oder viele? Ich kann mich da wahrscheinlich nicht dran anschleichen. Bist du mein Freund, bist du mein Feind, du bist definitiv mein Feind. Wer war das bitte? Sie brauchen dein Blut, also hole ich es. Was? Vampire? Nein, oder? Ihr sagt Anna, er möchte mein Blut, das finde ich nicht in Ordnung. Warte mal, sie brauchen dein Blut? Seit wann brauchen Wolfshunde Blut? Hier war dieser... Mich hätte schrocken. Hier ist ja dieser Typ langgegangen, der irgendwie weg ist. Ja... Ich brauche den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist da, ich möchte da jetzt gerne einsteigen, was ich nicht kann. Was? Oh. Sie ist weg, dass du hier bist! Hä? Ich bin nach ganz unten irgendwie jetzt gekommen. Das war jetzt gar nicht mein Plan. Ach, Ratten. Was? Oh mein Gott, das sind die Ratten, die böse sind. Ich hab keine Zeit für das Spielchen! Du bist umzingelt! Ich misch mir nachher dein Blut ab! Wer bist du? Warum? Warum tust du das? Ich weiß gar nicht, was du bist. Verzeihung für den Huster, aber hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Was war das? War das ein Zombie? Der ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was sind das viele hier? Guck mal, er hat hier erstmal ganz gnädig einen Schlüssel. Ja, da komm ich dann nie durch. Ich hab schon was gefunden! Was? 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 Das hier ist dein Ende! Alles, was passiert, scheint sich um eine Art Zentrum zu drehen. Ja. Ich brauch irgendwie Schnaps oder sowas. auf die Kombination zu stets ins Arbeitszimmer. 518. Ach man. Ist ja auch doof, wenn die hier alle so rumgeistern. Na gut Leute, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.